Hier sind wir jetzt gerade in unserem Verabschiedungsraum und auch wie im Kleintierbereich öffnet sich dann die Jalousie. Das Pferd ist dann dort ebenerdig aufgebahrt und das ist natürlich auch noch mal ein hoch emotionaler Moment, wenn man hier steht und sich verabschiedet. Aber für viele Tierhalter wirklich auch noch mal ganz ganz wichtig, wirklich bis zum letzten Moment dabei zu sein und zu sehen, hey, es ist wirklich jetzt auch mein Tier, was hier eingeäschert wird und ja, diese Möglichkeit schaffen wir hier.